Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wir haben Montagmorgen 20 nach 6. Fahrt schnell rüber in den Hof. Laddeuten-Backe. Um 7 Uhr haben wir BG-Schulung. Da sind alle Mann da. Die machen wir normalerweise am ersten Arbeitstag des Jahres. Jetzt geht's vorwärts. So, wegen dem Corona-Cott würde es halt dieses Jahr nicht mitmachen. Und machen wir es auch heute. Entschuldigung. Hier stehen doch alle, schaffen die heute nix. Schaffen die Brüder hier heute nix. Gibt's ja gar nicht. Jetzt ist der schöne Bauzaun auf. Und die stehen hier alle, glaube ich, warten auf mich. Saubernde. So, dann kommen wir wieder mit rein. Immer in Fluchthisto parken. Ich habe dann in Kittrich die Bagger getauscht, den R926 abgeladen, den R946 geladen. Und eigentlich lasse ich, wenn ich die Kamera hinter der Kabine laufen habe, die Kamera im Fahrzeug immer mitlaufen. Und diese Tonspur verwende ich dann. Hat leider nicht aufgenommen im Fahrzeug. Ich habe alles durchsucht, sämtliche Speicherkarten. Ich habe es. Ich finde es nicht. Vielleicht habe ich es auch versehentlich gelöscht. Deshalb ist das jetzt wieder ohne Ton passiert. Ja, der Parkei ging dann nach Engelbach in die Waldstadt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich bin nach elf. Ich bin jetzt in Kittrich wieder raus. Der Bagger, den ich geladen habe, der geht, wie soll es auch sein, in die Werkstatt. Und ja, ich werde dann auch in die Werkstatt fahren müssen, eil die Weile, mein Display ist tot. So, 20 vor 2 haben wir es schon, habe hier gerade rechts, den habe ich gebracht, den 946, links steht er, den ich irgendwann vorher anderthalb Wochen gebracht habe. Hinter mir rechts der Bagger, der ist immer fertig, da steht unser Brecher, unser BF3, BF3 hat immer massive Batterieprobleme. Das Fahrzeug ist aus, wenn es mal zwei Tage steht, Batterie leer. So, ich starte jetzt ab und fahre dann solo nach Kaiserslautern in die Werkstatt. So, da ist er nochmal auf meiner Ebene in der Werkstatt. Und mein Display ist das Steuergerät kaputt, kommt morgen Mittag. Dann werde ich nochmal reinfahren. Leipzig willkommen am Dienstag, bleiben wir auch drin. So, es ist ja morgen kurz nach 6, mein Display heute Morgen geht es. Gestern ging gar nichts. Geht alles. Keine Ahnung warum. Ich kann ja manchmal die Heizung wieder ausmachen. Ich war gestern an den ganzen Tag. Morgen fahre ich jetzt rüber in den Hof. Meine Fahrschuhe laden dort drin ein 300er Hitachi und der geht nach Meissenheim runter. So, wir laden. Unser Autokran fährt mit. Und unten steht noch unseren Arm vom KMC. Ich denke, das werde ich filmen dürfen. Ich denke, der hat nichts dagegen. Die Kranfahrer. Wollen wir mal los hier. Okay. So. Machen wir leer. Machen wir unten. Machen wir nicht leer. Machen wir Tieflader lehnen. Jetzt fahre ich wieder rückwärts raus. Muss einmal drehen. Machen wir이라는 Tieflader. Machen wir das. Jetzt fahre ich. Ja, ja. Das war's. Das war's für heute. 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 ich bin wieder bei uns im hof ich hab den bergser wieder drauf Da fahre ich jetzt, hier vorne steht der Träger, kann man den erkennen, ich hoffe, ob man irgendwie zoomen, aber ich weiß nicht, wie es geht, egal, warum, den lade ich jetzt auf. Und wo der hingeht, sehen wir in der nächsten Folge, oh Gott, bin ich gut, ich bedanke mich fürs Zusehen, ich hoffe, ihr habt Spaß, ich hab's jeden Tag mehr und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss, haut rein, macht gut.